Ich bin Olga Lüssiak, Business Representative von Network Solutions in Deutschland und Head of AI Business Development. Wir sind hier in Nürnberg auf Embedded World Messe und stellen hier unsere IoT-Lösungen vor, unter anderem die Prototypen im Bereich Predictive Maintenance für die Industrie und auch Battery Management System für die Autoindustrie hier vor. Bitte kommt gerne in die Halle 4 auf unseren Stand 318 und erfährt mehr über unsere IoT- und KI-Expertise. Wenn ihr gewisse geschäftliche Herausforderungen habt oder Lösungen im Bereich Embedded oder KI benötigt, wir freuen uns auf euch auf unserem Stand.